Hi, wir sind jetzt angekommen in Rainbow Beach und jetzt gucken wir uns einfach mal ein bisschen die Kulisse hier an. Das sieht echt cool aus. Es ist auch total lustig. Da ist kein Wasser. Wo? Schnell, schnell! Ah, die hauen alle ab. Lauter kleine Krebschen, die vergraben sich alle. Guck mal, da hinten ist noch etwas. Ah, ist das süß! Ah, da ist ein Riesen. Da ist ein Riesen. Ah, da ist ein Riesen. Ah, da ist ein Riesen. Das sind aber die Giftigen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich in Australien. Da sind leider voll viele. Die sehr heiß und sehr weich so wir haben jetzt mal einen schönen platz zum frühstücken gefunden hier lässt sich aushalten abby bay Musik 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 Musik